So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Jetzt habe ich extra am Mittwoch Raid am Mittwoch aufgenommen, habe gedacht, durch den Community-Raid verschiebt sich Raid am Mittwoch auf den Donnerstag. Natürlich ist am Donnerstag jetzt endlich der offizielle Blogpost da zum Community-Day im September. Das heißt Raid am Mittwoch, am Donnerstag gibt es am Freitag. Ist schon aufgenommen am Mittwoch, aber ihr seht es dann am Freitag. Dann möchte ich Samstag, also Freitagabend und Samstagabend die Go-Fest-Gera-Premiere wirken lassen, sodass es dann am Samstag kein Pokémon-Video gibt, Sondag kein Pokémon-Video, abends aber dann ein Samyang-Sunday-Video. Und wir könnten am Sonntag vielleicht 10 bis 12 Uhr Rates für Zuschauer mit Xerneas machen, weil das bestimmt manche Leute noch interessiert und die das Pokémon cool finden. Also das ist jetzt erstmal der weitere Ablauf. Donnerstag, das Infovideo, Freitag, Raid am Mittwoch. Freitagabends außerdem noch die Premiere vom Go-Fest-Vlog, genauso wie Samstagabend-Premiere vom Go-Fest-Vlog, weil das war ja das ganze Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag und dann Sonntag hier, was weiß ich. Jetzt wurde das schon angeteasert, da sind schon Videos rumgegangen, man hat nur die Füßchen gesehen von Ponita, die über so eine Wiese laufen und alle so, nein, das ist doch Ponita, oder? Die machen doch kein Ponita-Sea-Day, die Leute haben sich schon Kopf gefasst, wenn sie noch einen hatten. Also Ende August ist ja noch der Rob-Ball-Sea-Day, der ist ja vollwertig, das wird neu als Shiny eingeführt, alle freuen sich. Aber im September ist es Ponita, das ist kein Classic-Sea-Day, den gab es noch nicht, aber es folgt trotzdem einem Konstrukt, da ja auch Sundan zum Beispiel, Sundan und Alola Sundan waren ja auch beide zusammen in einem Sea-Day drin und hier habt ihr halt dann auch, was ist das, Gala, Gala-Ponita und normales Bonita und dann könnt ihr da halt gucken, was ihr da braucht. Eigentlich ist ja das kleine, süße Einhorn rechts, war mal selten, haben die Leute gebraucht. Manche haben das bestimmt immer noch nicht als Shiny oder so, deswegen kann man das schon mitnehmen, das normale Ponita, was dann so eine blaue Mähne hat, sieht ja auch verdammt gut aus. Also wer das noch nicht hat, der freut sich und wer das hat, ach komm, nehm den, zieh der einfach mit, zieh der hier einmal im Monat, muss sie mitnehmen, ein Euro-Ticket, muss sie mitnehmen und wenn nicht, ein Spiel halt einfach nur zum Spaß an der Freude und nicht, weil die Molli hier ausrastet. Gucken wir mal hier runter. Also das ganze Ding im September, wann genau? Am Samstag, der 14. September, 14 bis 17 Uhr. Es ist kein Classic, wie gesagt, das ist wieder ein vollwertiger, da gibt es wieder einen ganzen Sack voll Boni. Wilde Ponita und Gala Ponita erscheinen häufiger also. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie das dann so stündlich machen, die eine Stunde das, die nächste Stunde das, die nächste Stunde das. Geht ja nicht, es sind nur drei Stunden. Aber damals war glaube ich auch, dass das Gala, ne das Alola, kaum gespawnt ist, obwohl alle eigentlich da drauf wollten. Ne, das Kando ist kaum gespawnt. Irgendwas war auf jeden Fall deutlich da und das andere war nicht so deutlich da. Ob das jetzt hier ausgeglichen ist, man will es ja eigentlich hoffen. Obwohl, was wäre euch denn lieber, das normale Ponita oder das Gala Ponita? Schreibt es mal rein. Beide kriegen auf jeden Fall die exklusive Attacke. Stromstoß, wenn ihr es entwickelt, wäre eine Sea Days. 90 Schaden bei Trainerkämpfen, 100 Schaden bei Raidkämpfen oder Arenakämpfen. Also ist dann wieder GBL relevant wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich habe noch nie in der GBL jemand mit Ponita rumrennen sehen. Aber ich spiele ja auch momentan keine GBL. Habe ich nur an dem WM-Wochenende mal rausgeholt, mir die Top-Lade-TM gegönnt. Ansonsten weiß ich gar nicht, was in der GBL momentan so abgeht. Hier steht auch wieder diese Spezialforschung zum Community Day. Ein Dollar. Und dann könnt ihr das auch wieder natürlich an Freunde verschicken, wenn ihr das möchtet. Blablabla steht alles hier. Was ist da drin? Naja, wahrscheinlich eine Begegnung dann eben mit den fertig ausgewachsenen Galoppas. Muss man erstmal gucken, wie die heißen. Da sind immer, wenn du den Staub, wenn du die Erfahrungspunkte, wenn du die Items, dann hast du da noch ein Rocket Radar vielleicht drin, dann hast du da noch eine Brutmaschine vielleicht drin oder da ein Sternstück oder da noch Sonderbonbons. Also ich finde diese eine Euro, eine Dollar, der passt. Und durch die ganzen Prime-Bestellungen weiß ich ja jetzt, da steht zwar ein Dollar, aber in Euro ist das ja weniger. Dollar ist ja meistens dann in Euro drunter, also günstiger. Deswegen, das finde ich gut. Wenn der Pfund stehen würde, dann würde ich sagen, nee, macht's nicht. Eventboni. Ihr habt die doppelten Fangbonbons. Ihr habt den dreifachen Fangsternstaub. Weshalb die meisten sowieso dann sagen, okay, sie spielen wegen dem Staub und nicht wegen dem Pokémon. Doppelt so hohe Chance auf XL beim Fangen von Pokémon für Trainer auf Level 31. Das ist ja auch jetzt immer dabei. Log-Module 3 Stunden. Rauch 3 Stunden. Schnappschüsse, die ich immer wieder vergesse. 5 Stück, um die Medaille zu pushen. Ein zusätzlicher Tausch. Das heißt maximal 2 pro Tag. Momentan haben wir ja 2 Schnappschüsse. Aber weil das im September ist, ist dann die Season um, oder wie? Geht die Season jetzt nur noch durch den August durch? September, Oktober, November ist wohl eine andere Season. Muss ja wahrscheinlich so sein, sonst hätte man nämlich 3 am Tag. Aber so haben wir 2. Das heißt, in der nächsten Season ist schon gesagt, dass es nur einen Spezialtausch gibt. Aber ihr an dem Seed ihr eben dann 2 habt. Vielleicht gibt es ja wieder den zweiten Gratis-Raidpass dazu in der nächsten Season. Tauschen auch 50% weniger Staub. 2 Spezialtrades, genau. Dann gibt es auch wieder diese Stufe 4-Rades nach dem Seed-Day, die manche immer als Herausforderung nehmen und gucken, ob sie die überhaupt schaffen. Und mit im Solo oder im Duo, weil die doch immer ein bisschen kniffliger sind. Ich habe das noch nie gemacht. Mich hat das nicht gereizt. Ich spiele ja auch nicht von 14 bis 17 Uhr. Ich spiele 14 bis 15 Uhr. Diese eine Stunde macht meine Ausbeute. Guckt da so, wie das passt. Und was dann danach mit den Raids geht, die sowieso nur vor Ort sind, man nicht einladen kann. Wenn ich jetzt allein an dem Raid stehe und es nicht schaffe, da werde ich ja traurig. Also gehe ich wieder heim. Da kann ich auch traurig sein. So, Feldforschungsaufgaben gibt es natürlich wieder, wo ihr noch ein paar Bonitas rauszieht. Oder Staub, Superbälle, Pokestop-Showcases, weil das ja am Wochenende ist, Samstag, Sonntag. Da muss es Showcases geben. Webstore, braucht man nicht. Eventboxen, braucht man nicht. Könnt ihr euch so weit angucken. Sticker, braucht man nicht. Gut. Das sieht aber schön aus. Also, immer beide einzeln jeweils. Dann zusammen. Und dann eine richtige Gang, die hier unten auftritt. Das ist mir schon wieder too much. Sucht ihr nach einer Gruppe? Nee, suche ich nicht, weil ich will ja traurig sein. Ansonsten, was sagt ihr zum Seat Day? Habt ihr Bock? Habt ihr nicht Bock? Robball wird wahrscheinlich erstmal richtig cool werden. Das wird wieder einfach nur tiefenentspannt werden. Ich hoffe, das Wetter passt auch. Beim letzten Mal haben viele gesagt, beim Tarnel das sehr geregnet hat. Das Wetter gar nicht so gut war. Mal gucken, wie es dann aussieht. Vielleicht schneit es im September auch schon. Da beschweren sich die Leute auch wieder. Ansonsten waren das die News. Wir sehen uns wieder heute Abend in der Premiere. Und dann morgen und dann übermorgen und dann jeden Tag. Und dann überhaupt. Peace out for out. Euer Ramses.